Hallo YouTube und willkommen zur neuen Faultyland-Video. Es wird mal wieder Zeit für ein Energy Drink. Wir sind Fußball High Class Energy Drink. Das sagt mir jetzt überhaupt nichts. Den habe ich jetzt beim Discounter um die Ecke einfach mal gesehen. Hab geguckt, wer stellt den her? Das sind die Arena Drinks oder die Arena Drinks GmbH. Die machen wohl auch jede Menge andere. Für die Fußball-Sachen kann man sich natürlich auch seine eigene Energy Drink Rye kaufen. Ich glaube, das sind sogar die, die diesen Currywurst-Energy Drink damals gemacht haben. Und der ist jetzt gut gekühlt, kommt aus dem Kühlschrank und ich ziehe mir den jetzt einfach mal rein. Naja, Design Limited Edition und noch ein Fußballspruch drauf. Okay, schauen wir uns lieber die Inhaltsstoffe an. Die sagen uns Wasser, Zucker, Dextrose, Kohlensäure, Säure, Säure, Zitronen, Säure, Säure, Regulat. Alles ganz normal bis hierhin. Koffein, 47,6 Kilokalorien auf 100 Milliliter. Das sagt mir jetzt, ich erwarte was quietschensüßes. Koffeingehalt 30 Milligramm auf 100 Milliliter. Also nicht die kompletten 32 ausgereizt. Und ansonsten gibt es hier überhaupt nichts Ungewöhnliches, sage ich jetzt mal. 330 Milliliter Dose mit Pfand. Und wir schnüffeln mal ganz kurz. Ja, riecht schon süß. Riecht wie ein Gummibärchen-Saft-Energy-Drink. Aber da ist noch irgendwas anderes. Schauen wir uns die Farbe eben an. Ich bin vorbereitet. Ich habe ein Glas- und Energy-Drink auf der Hose. Es läuft mal wieder wunderbar heute. Ja, unsere normale, dunkelgelbe, goldene Farbe. Ein paar Bläschen, wobei die auch ziemlich schnell weg sind. Der Schaum genauso. Ja, jetzt rieche ich hier, wenn man mehr dran riecht, 0815. Discounter-Energy-Drink, würde ich fast sagen. Aber probieren wir mal. Zum Probieren lieber aus der Dose. Prost. Wie ich sagte. Quietsche süß, das merkst du. Mh. Öh. So. Okay. Es ist nicht der typische Discounter-Energy-Drink. Am Anfang okay. In der Mitte auch noch nach hinten raus. Überzeugt der mich nicht wirklich. Schmeckt ein bisschen, schwierig zu sagen, ein bisschen dumpf. Dritter Schluck. Wir probieren es nochmal. Absolut okay. Ein bisschen sehr süß. Vielleicht noch ein bisschen. Mh. Ich kriege den Geschmack nicht eingeordnet. Er ist auf jeden Fall ein bisschen schärfer als der, sagen wir mal, der normale Energy-Drink. Gar nicht so viel Pulubel, gar nicht so viel Bläschen, gar nicht so viel Schaum. Genau wie wir es hier im Glas gesehen haben. Aber geschmacklich. Mh. Mh. Nö. Der hockt mich jetzt, haut mich jetzt gerade nicht so. Vom Hocker. Mh. 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 Da hat man auch noch ein bisschen was von. Aber der Grundgeschmack von diesem Energy-Drink. Mh. Ich merke die Schärfe. Der ist ein bisschen aggressiver als sonst. Oder als normale. Aber. Ne. Der haut's. Sag mal so. Wer den jetzt ganz normal kauft, der denkt sich auch, Gummibärchensaft, Energy-Drink. Nehme ich jetzt mal mit. Kann man trinken, wenn man einen braucht. Ja, passt. Aber ich sage jetzt mal als. In diesem ganzen Energy-Drink-Kosmos. Was es ja so gibt. Und auch mit den ganzen normalen Dingern. Da sticht der nicht nach oben raus. So. Das soll es aber auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.